Hier ist Europa Box 28 und ihr seht hier gerade auf dem Bild ein Bild, was für ein dummer Satz, hier seht ihr die Spiele, wo ihr auswählen könnt, einmal nur die, ja wo ihr sie gerade seht, das sind die Spiele, wo ich euch vorschlage, naja es werden eh alle gezeigt, ich werde von jedem Spiel, wo ihr hier seht auf dem Bild, eine Stunde lang ein Video dazu machen, das heisst eine Stunde lang Einzelspieler, äh nicht Einzelspieler, eine halbe Stunde lang Einzelspieler, eine halbe Stunde Multiplayer, ja ihr habt richtig gehört und das von jedem Spiel, wo ihr hier seht, ausser die Spiele, wo ich jetzt hier dreimal habe, einmal für Xbox, PS3 und PC, die werden auf einer Konsole gezeigt und ja, das dürfte ich entscheiden, mit welchen drei Spielen das ich beginne, ausser die Spiele, wo ich nicht aufnehmen darf, sind einmal Fallout New Vegas, einmal Devil May Cry, einmal Family Guy und Kinect Spore, äh Kinect Adventures, weil ich keinen Platz habe für die Kinect, und dann einmal DJ Hero 1, also das normale DJ Hero und dann DJ Hero 2, das sind, äh, Spiele, wo ich, äh, die Lizenzen hätte ich schon, aber YouTube sagt, ne, der kleine Dreck sagt, du darfst das nicht zeigen, wegen Musikinhalten und Family Guy, weil ich keine Rechte habe von Fox Studios, und ja, das sind die Spiele, wo ihr nicht auswählen dürft, sonst dürft ihr, egal welches Spiel, wird eine Stunde lang gezeigt, im Einzelspiel, so wie gesagt, eine halbe Stunde und dann eine halbe Stunde Multiplayer, das Ganze wird sein mit Facecam und einem Timer, äh, wenn ich herausfinde, wie man den Timer reinmachen kann, in, äh, XSplit ist das geil, und, äh, ja, das war's von mir, und schreibt eure drei Wünsche, äh, schreibt am besten so, eins Punkt, Battlefield 3, und dann zwei Punkt, GTA 5, oder GTA 4, dann schreibt die drei Punkte, nicht für Speedmaster Wanted als Beispiel, und, ja, sind dann die drei Spiele, wo ich zuerst zeige, und, äh, wenn jetzt nur eine Person etwas schreibt, wird, wird, wird diese Reihenfolge am Anfang kommen, und nach dieser Reihenfolge, die lege ich dann auf die Seite, dann werde ich, äh, so wie hier, die Stapel aufgebaut sind, diese vier, diese vier Stapel, werde ich einmal diesen linken Stapel abarbeiten, dann diesen zweiten von links, dann diesen ersten von rechts, und den dritten von rechts, werde ich, äh, langsam abarbeiten, die unterste Hülle unter dem PS3-Spiel, dort ist ein Blu-ray-Film drin, wegen dem, äh, ist da kein Spiel drin, und, ja, das war's von mir, und von dir, möchte ich das gern, und wenn jetzt niemand etwas in die Kommentare schreibt, bis Freitagabend, dann werde ich einfach den Stapel abarbeiten, und, ja, also Europa Box 28, und der Link zu diesem Bild, ist in der Beschreibung, dann könnt ihr draufklicken, und dann mir in die Kommentare schreiben, oder ich schreib's am besten hier auf Facebook gleich, dann können das alle sehen, auf YouTube zu auch, und, ja, das war's von mir, und von dir hätte ich gern, deinen Wunschzettel, mit welchem Spiel das ich anfangen soll, und das war's, bye bye! Bye!